Zukunft braucht Ausbildung. Unter diesem Motto veranstaltet die Agentur für Arbeit noch bis zum Freitag die Woche der Ausbildung im Erzgebirge. Ziel soll es sein, mit verschiedenen Aktionen Jugendliche und Betriebe zusammenzubringen. Katrin Steier, operative Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Anna Berg-Buchholz, sagte dazu. Wenn wir auf unseren Erzgebirgskreis schauen wollen, dann wissen wir, dass über 2600 Jugendliche die allgemeinbildenden Schulen verlassen. Und dazu kommen noch einige Jugendliche, die in Übergangssystemen sind, also in Vorbereitungsjahren. Und all die Jugendlichen sind jetzt gerade dabei, ihre Zukunft klarzumachen. Und eine zweite Zahl ist mir immer wichtig. Das sind die Jugendlichen, die ganz speziell zu uns kommen und sagen, helft uns und gebt uns einfach Tipps und Informationen, wie ich zur Ausbildung komme. Aktuell haben wir in etwa 1000 Jugendliche, die im Erzgebirgskreis eine Ausbildung suchen. Und wenn wir uns das mal ein Stück näher anschauen, dann sehen wir, dass die Jugendlichen in ihren Berufswünschen eigentlich das suchen, was sie auch in den Vorjahren gesucht haben. Ganz oben dran ist der Kfz-Mechatroniker. Danach kommen die Verkaufsberufe, die Büroberufe. Aber mich freut auch sehr, dass ein Tischler immer noch bei Jugendlichen ganz attraktiv und beliebt ist. Schaut mal auf die Seite der Ausbildungsstellen, sehen wir, dass wir in etwa 1100 Ausbildungsstellen zu verzeichnen haben. Und auch dort gibt es keine großen Überraschungen. Es sind wieder die Verkaufsberufe, die angeboten werden. Aber auch der Zersparnungsmechaniker. Wer also im Erzgebirgskreis Zersparnungsmechaniker werden will, der kann 80 Angebote sich anschauen und seinen Job finden. Also alles ganz prima. Was ist jetzt das Spannende? Wir haben in etwa 1000 Jugendliche und 1100 Stellen. Und jetzt versuchen wir, die beiden zusammenzubringen. Und das ist eine spannende Zeit, weil ja der Berufswunsch und die Region und der Arbeitgeber zusammenkommen müssen. Und damit uns das gelingt, wünsche ich mir, dass ganz viele Jugendliche auf uns zukommen und ihren Berufswunsch äußern. Und zum anderen wünsche ich mir, dass die Arbeitgeber auf uns zutreten und sagen, wir bilden aus, wir sind mutig, wir können uns das trauen. Wir geben Jugendlichen eine Chance auf eine Zukunft. Um eine große Anzahl junger Menschen zu erreichen, werden die Dienstleistungen vorrangig digital und online angeboten. Videoberatung oder terminloser Sofortkontakt zu Berufsberatern sind einige dieser Möglichkeiten. Unsere Mitarbeiterin Fabienne Gröher hat mal konkret nachgefragt, wie man als Jugendlicher hier Hilfe bekommen kann. Wie kann mir die Berufsberatung bei meinem beruflichen Einstieg weiterhelfen? Ja, das kommt darauf an, wie Ihr beruflicher Einstieg geplant ist. Ist zum Beispiel Ihr Plan eine duale Ausbildung, dann können wir ganz konkret mit nach Ausbildungsstellen suchen. Ausbildungsstellen für Ihren Beruf, für Ihren Wunschberuf, ähnliche Berufe in der Region, aber auch überregional. Es gibt auch Möglichkeiten, Ausbildung zu fördern, das muss man dann individuell absprechen. Eine andere Idee könnte ja sein, ich will eine schulische Ausbildung machen. Dort können wir Ihnen natürlich die Schule nennen, wo Sie sich bewerben für die Berufe, die dann an der jeweiligen Schule ausgebildet werden. Was gibt es noch? Duale Studiengänge. Dort unterstützen wir Sie ganz konkret bei der Suche nach Praxispartnern, ähnlich wie bei einer dualen Ausbildung. Und wenn Sie jemand sind, der ein allgemeines Studium machen will, dann schauen wir, wo wollen Sie das Studium machen? An der Hochschule, an der Universität? Welche Studiengänge interessieren Sie und wo sind die entsprechenden Studieneinrichtungen? Wie kann ich mit Ihnen in Kontakt treten? Ja, auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auch wenn die Häuser geschlossen sind und der unmittelbare persönliche Kontakt jetzt nicht so einfach möglich ist, Sie finden auf den Internetseiten eine Hotline. Dort können Sie uns täglich von 8 bis 18 Uhr erreichen und sagen dann in dem Service-Center, Sie wünschen einen Termin bei der Berufsberatung. Unabhängig von Zeiten ist, auch auf allen Internetseiten finden Sie ein Kontaktformular. Und auch dort müssen Sie Ihre Daten angeben und Ihre Fragen stellen und das wird dann dem Berufsberater zugeleitet. Ein weiteres Tool wäre das CheckU. Das ist ein Erkundungstool für Jugendliche. Dort kann herausgefunden werden, wie die Interessen sind, die Eignung ist, aber auch die Stärken. Und dazu arbeitet das Tool dann passende Berufe, Berufsfelder für einen heraus. Und mit diesem Ergebnis kann der Jugendliche dann zur Berufsberatung gehen und dort wird das gemeinsam ausgewertet und daran wird dann fortgesetzt und gearbeitet. Wir befinden uns ja aktuell in der Woche der Ausbildung. Da soll es ja auch besondere Angebote geben. Welche wären das denn? Ja, wir Berufsberater haben eine Hotline geschalten. Dort können uns alle Jugendlichen, Eltern oder Personen, die Fragen in Richtung Berufsberatung haben, erreichen. Die Hotline ist täglich geschalten von 9 bis 18 Uhr, Freitag bis 14 Uhr. Das heißt, ich erreiche meinen Berufsberater dort auch ohne Termin. Ich habe etwas von einer Jugendberufsagentur gehört. Was genau muss man sich darunter vorstellen? Die Jugendberufsagentur ist eine Kooperation der Berufsberatung zusammen mit dem Landratsamt. Es ist eine virtuelle Plattform, speziell für Jugendliche. Und die ist auch ganz jugendnah gestaltet, mit ganz vielen kleinen Erklärvideos drin. Und über Links kann man auf der Plattform zu dem Partner gelangen, den man genau braucht, zu dem Stand in der Berufswahl, wo ich bin. Was ist die Zukunft der Berufsberatung?